Musik Grüß Gott, mein Name ist Rechtsanwalt Tim Neupert und ich freue mich, Sie in meiner Kanzlei begrüßen zu dürfen. Als Fachanwalt für Familienrecht beantworte ich gerne Ihre Fragen zu den Themen Ehegarten und Kindesunterhalt, zum Sorge- und Umgangsrecht, zur Vermögensauseinandersetzung und zum Versorgungsausgleich, einem Bereich, der immer wichtiger wird. Außerdem erstelle ich Eheverträge. Ich vertrete Ihre Interessen außergerichtlich, falls erforderlich, auch vor den Familiengerichten. Seit 2011 bin ich ausgebildeter Mediator. Ziel ist es, unter Einbindung der Interessen aller Beteiligter gemeinsame Lösungen zu finden. Weiterhin bearbeite ich sonstige zivilrechtliche Fälle, vom Erbrecht bis zum Forderungseinzug. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir in Ihrer persönlich schwierigen Situation Ihr Vertrauen schenken würden, damit wir gemeinsam für Sie die richtige Lösung finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017